Sagen Sie den Fräger? Ja? Sind Sie sich sicher, dass Sie in dem Haus noch? Ja, warum? Noch einmal wieder an! Kleidtänzer! Ja, beim Zirkus war ich auch vier Jahre. Beim Zirkus? Was ist Kleidtänzer? Nein, das wäre der Fall! Marie, lustig ist er, gell? Das wollte ich noch. Aber okay, das ist doch gar nicht in Vietnam, nur wenn Sie in Kambodscha gehen. Aber hoffentlich, was ist das in Ihnen? Nein, das Ding war ja voll scheiße. Ich weiß nicht, wo die alle Sie kennen. Sie sind dieser wintige Inwesen im Berater, der meine 500.000 Euro verspekuliert hat. Ja, ich habe verspekuliert, das ist ja nicht zu sagen. Sie haben so... Aarloge! Was haben Sie gemacht? Was haben Sie gemacht? Ja, bis Sie einmal kusken. Man muss dalmer kohlen. Es ist doch immer kusken. Was haben Sie jetzt noch alles?